So was hat unsere Goldkiste? Die Verluftfuseln Was ist da drinnen? Stikis? Äh... Moment, falsche Kiste? Richtige Kiste. Und das kommt in deine Kiste. Äh... Mh... Ähm... Ha, ich hab'm Hasen getötet. So hardcore. Ja. Und das Hasenfleisch tue ich einfach mal Eiskölt wieder in so einen von den Pötten rein. Mh... Mh... Cool! Ich kann mir Bernie sogar noch mal... Äh... Craften. Hauptsache bei der Beschreibung steht dabei, äh... Fam... äh... Fam... äh... Familia... Face in this mad world. Süß. Wundervoll. Wundervoll. Mal ein paar Fallen setzen, endlich, ne? Mh... Mh... Damit mal unser Futter hier in Gang gebracht wird. Aber wir müssen noch ein paar Geals kriegen. So ein Kühlschrank ist ein bisschen wenig für unsere Verhältnisse. Wir brauchen eigentlich immer mindestens zwei. Wir brauchen irgendwie immer mindestens fünf. Ne, wo wir vier hatten, das war einer zu viel. Der eine war mal leer. Ja, den haben wir dann in unser zweites Lager hochgebracht. Ja. Ist immer geil, wenn man so einen Shelter an jedem... an jeder Ecke der ganzen Welt hat. Ja, da war es sehr praktisch. Ah. Können ja noch die nächsten Hundis abwarten und dann nochmal... Das heißt nochmal... mal Eckhunden gehen. Ja. Ja. Ups. Ja. Wobei, ich muss mal grad was checken. Ohne Momente. Oh ja. Fast zwei Stunden Aufnahme. Wundervoll. Oh, ich werd viel Spaß haben, den ganzen Kram wieder zu scharnibbeln. Hui. Scharnibbeln? Hm? Scharnibbeln? Ja, scharnibbeln. Stell dir vor. Und noch gar keinen Rumpf an Deck, kann das sein? Äh, nö. Wir haben ja auch noch nicht viel rumgeguckt. Naja, ich schon. Ja. Ja. Ja, du bist generell immer so ziemlich hart im Expeditatieren dabei. Ich eher so ein bisschen weniger. Weil ich an einer Stelle alles abfarme, bis nichts mehr da ist. Waldroden. Waldroden. Hoden. 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 Und oft ist das Hoden am Boden. Ah, blablabla. Ich fiss mir lässig an die Hoden. Checkt meine Hip-Hop-Klamoden. Oh mein Gott, alt. Ja, bald haben wir ja wieder neue Hip-Hop-Klamoden. Ja, Hip-Hop-Klamoden. Ach, ich freu mich auf das Splatoon-Update. Ja. Splatatata. Ähm. Ähm. Da. Pfuh, wir haben irgendwie so ein bisschen viel Kram im Kühlschrank. Ach was. Deswegen brauchen wir auch keinen Zweiten oder so, weil der voll leer ist. Ja, Mann, scheiße. Naaah. Oh mein Gott, Hasen haltet einfach die Gursche. Wir können ja die ganzen Löcher zubuddeln, dann halten sie's Maul. Ah, dann haben wir nix mehr zu fressen. Ja, siehst du. Im Frühling sind die eh nicht da, also. Ah, da liegt Scheiße. Oh Scheiße. Schatten. Alter Scheiße. Wir werden jetzt alle wegbatteln. Hab da einen harten Battle-Rhyme. Hm. Ich sag nur, ich fass mir lässig an die Hoden. Checkt meine Hip-Hop-Klamoden. Oh Mann, ey. Räusper. Ich sollte zurück ins Lager. Das solltest du vielleicht. Hi, stopp. Bleib mal stehen. Chill mal deine Base. Chill mal deine Augenbrauen. Chill deine Geheimbasis. Chill mal deine Geheimbasis, okay? Apropos Geheimbasis. Pokémon könnten wir auch mal wieder spielen. Ja. Wie oft haben wir das jetzt schon gesagt und haben's nicht gemacht? Seit nem halben Jahr. Ja. Meine Perkimen Bank ist übrigens immer noch nicht mehr da. Meine wird wahrscheinlich... Nein, die müsste noch da sein. Hast du die denn nochmal geupdatet? Also nochmal gehört? Aber das ist... auch schon ein bisschen her. Ich mein das... Das geht ein Jahr. Oder ist schon wieder ein Jahr rum? Nein! Nein! Ich sollte mal nachgucken. Alter! Boah ne, Chris hat mir neulich so ne Angst gemacht... Ähm... Dass die, äh... Wenn man die Pokémon Bank nicht schnell genug aktualisiert, dass die komplett gelöscht wird für einen... hat er irgendwas gesagt. Nicht so weh. Gott. Ja, dann haben wir jetzt eine neue Aufgabe. Pokedex nochmal an euch zusammensuchen. Die wichtigsten Sachen hab ich ja nicht auf der Bank. Ich weiß schon warum. Ja, ich ja auch nicht. Ich hab mir auch meine wichtigen Sachen nicht mehr da drauf gelagert. Glaube ich. Ja, klappt. Äh, warte kurz. Ansonsten muss ich wieder bei Ibiza-Fans ein bisschen rumhuren. Hier, ich verschenke ein paar Groudons. Gib mir mal was. Ich glaube ich muss nochmal einen Wald roden. Wir brauchen mehr von den Dreigenrecks. Oh, oh. Na, so. Hauptsache meine Karte sieht hier auf einem Ende aus wie ein Penis. Das ist schön. Und meiner auch! ...und so eine Szmachtatur! Ganz rechts?! Ja! Meine scheiß Schwangefork... Oh nö! Och man! Schwangefork absichtlich! Du hast ne Pitchfork! Jaaa! Mach etwas! Ein Full of Emptiness. Erst mal ein Foto davon gemacht. Muss festgehalten werden. Für die Nachwelt. Ja. Also falls du Hunger hast, ne? Hier sind Dinge. Ich werde mir wahrscheinlich auch gleich was stiegeln. Ja, ich packe das gleich alles in den Kühlschrank. Ja. Beziehungsweise... Was auch immer da drin ist, das ist mir. Das ist wahrscheinlich der Monster-Lasagne. Oh nein. Nein, ich kann kochen inzwischen. Salagne. Oh, Salagne. Wer von euch war auch früher so behindert und hat immer anstatt Lasagne Salagne gesagt? Schreibt es mal in die Comments plus. Wenn das hier überhaupt jemand guckt. Guckt auf jeden Fall jemand. Das weiß ich. Einer mindestens. Außer mir. Außer dir. Mein Lieblingsabonnent und treu ist der Abonnent. Das Satzbau. Wortgulasch. Mhm. Irgendwas wollte ich machen. Ach, wir wollten ex... Nein, wir wollten die Wolfis abwarten und dann expeditionieren. Genau. Und du bist immer noch am Phrasen. Hä? Musst du das ganze Let's Play 2? Ich brauch immer noch Holz. Ich geh jetzt Holz jagen. Geh mal Holz jagen. Komm mal mit. Ich geh jetzt dahin, wo der Penis war, weil da war dieser wunderschöne Wald. Mach den nicht kaputt! Doch. Nein! Ich bin Willow. Das ist jetzt meine Aufgabe. Willows Aufgabe ist es, Penisse kaputt zu machen? Ne, nicht den Penis. Nur den Wolf. Alles klar. Ich hab's jetzt auch gesagt. Dicks. Dicks. Ja, mein Penis, das ist ein Dick. Oh, dun 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 dun. Das erste Mal. Das erste Mal, ja? Hab mich nicht grad vor Abigail erschreckt, nein? Nein, überhaupt nicht. Fuck, hast du ein paar Stickys für mich? Warum? Keine Ahnung, sechs Stück, da hab ich wenigstens zehn, weil mein ganzes Equip-Gip... Hier ist noch eine, da steht noch eins. Ah, nice, okay. Den, den, den hol ich mir dann gleich. Vielleicht sollte ich nicht die kleinen Bäume fällen, Idiot. Ja. Ich wette, da steht sowieso gleich wieder einer auf. Oh, lass mich das dann machen. Ich, ich lauf dann schreiend weg wie ein Schulmädchen. Okay. Ja, du bist groß. Du wirst gefällt, bevor du aufstehst. Oder stehen die kleineren Bäume nicht auf? Doch, alle können aufstehen. Nur die Großen sind halt die gefährlichsten, weil die mehr KP dann haben. Dann fälle ich die Großen zuerst. Aber ich glaube auch, die Großen sind die aggressivsten. Acro-Baume. Ich bin mir aber jetzt gerade dann sicher. Ja. Das ist mir wieder so aufregend. Das ist auch von euch. Was? Komm, da steht doch jetzt bestimmt einer auf. Ich hab' einen Rollwurf gefunden. Honko! Okay. Okay. Kannst du bitte die Schaufel ausrüsten? Danke. Ich bin total paranoid, ne? Bei Baumfällen sowieso. Immer. Permanent. Die sind überall große Bäume. Mh. Oh, hier ist eine große Steinflasche. Oh, hier ist ein Friedhof. Lass dich nicht vor Meteoriten erschlagen. Nö, nö. Ah, Geist! Ich schrei, wenn ich einen Baum sehe. Okay. Also einer, der sich bewegt. Geist! Ich bin da nicht begeistert von. Oh mein Gott, ey, nö. MS Niveau, wir sinken. Warum werde ich schon mal direkt vom Geist verfolgen? Das erste Grab, was ich ausbudel. Das ist die Rache für diese scheiß Wortwitze. Ich kann das nicht ausbudeln. Ja, man. Das ist die Rache für die ganzen Wortwitze. Ja. Wo bist du? Weiter oben. Äh. Warte, ich komme mal zu dir. Ach, du Geist. Ich habe auch einen dabei. Können sich beddeln. Ja, aber der Geist. Deiner ist, äh, zahm. Ja, meiner ist handzahm. I am full of emptiness. Ich frage nochmal, wo bist du? Weiter oben. Bist du den Weg weiter entlang? Äh. Ja, da geht ein Weg so schräg hoch. Ah. Nicht schräg hoch, der geht gerade nach oben. Oder gerade? Ein bisschen schräg. Achso, nee, nee, nee. Weiter links. Wow. Wo bist du? Es wird gleich dunkel. Ich habe hier Dinge angezündet. Du wirst mich sehen. Wenn ich dich sehe. Wenn ich nicht vorher in der Dunkelheit verrecke. Nein, wirst du nicht. Oder verhungert. Da ist ein Wurmloch. Oh, hier. Hallo. Sag ich doch, hier. Wo ist der Geist? Oh, hi. Tut der mir was? Abigail, mach mal was. Oh. Ich glaube, der mag mich nicht. Warte. Get over here. Abigail, kommt! Shit! Du hast den Mawroth getötet. Oh, was wollte ich? Zünd an, du Hure. Danke. Abigail, würdest du mal... Geist. Die geballte Ladung Action. Ja. Ah, Feuer, 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 Feuer. Aua. Bifalo, Hilfe. Hilfe. Au. Deal with it. Ey, du musst du mal bitte was machen. Ach, gut. Bifalo macht was. Bifalo macht was. Oh, da kommt sogar noch eins angerannt. Alter, wie der guckt! Ach, geil. Ich muss zurück, sonst verhungere ich. Oder hast du was zu fressen dabei? Nur für mich. Ich habe nämlich auch nicht viel. Oh, hier ist Meat. Nom. Hat aber nicht viel gebracht. Hm. Ach, hier ist meine Ochst. Asche. I can't do that. Asche. Ascha. I, nein. Hier. Oh, okay. Oh, Kohle. Kohle, Kohle. Holzkohle. Ja. Mann, liegt hier nicht noch irgendwas zum Fressen rum? Eine Karotte. Cool. Nom. Hallo, Friedhof. Ich habe doch gesagt, da ist ein Friedhof. Eine Tantekel. Knöpfe. Noch mehr Dinge für den Schweinekönig. Der freut sich. Was ist das denn? Bibu Vita. Aha. Was? Alles klar. Pass auf dein Hirn auf. Ich habe drei Gräber ausgebuddelt und... Ah, da sind noch zwei. Drei. Oh, ich habe einen, 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 einen Life-Giving-Amulet gefunden. So eins habe ich auch. Und ich habe, äh, Nightmare-Fehrel gefunden. Nightmare-Fehrel? Und einen roten Gem. Ich habe einen Blue Gem. So, einen Grab budel ich noch aus. Ich habe eine Fork gefunden. Ah, ne, ein Spoon. Ein Spoon, das sieht auf wie eine Fork. Dun, dun, dun. Ist das eine Evil Flower? Ja. Aha, Mann. Okay, jetzt brauche ich Blumen. Ähm, ähm, was schmeiße ich denn weg? Hm, hm, hm. Dun, 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 dun. Also, ich muss jetzt mal zurück zum Lager, weil sonst nicht drauf. Ähm, ja, Willow, Willow. Weil ich gucke. Ja, ich... Oh, zum Geier laufe ich schon wieder lang, what the fuck. Ich sollte gucken, wo ich hinlaufe. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich lasse mich nicht in Licht ablenken. Ach, nein. Ich war hungrig. Oh, scheiße. Oh, Heinrich ist wieder da. Oh, wirklich was Süßes. Ich sehe Heinrich. Oh, da sieht... Oh, da sieht was Süßes. Alter. Hasen, what the fuck. Heinrich ist für mich da. Ja, aber er tut noch nichts. Nicht schön. Oh, Mann, hier sind überall nur Evil Flowers. Evil Flowers. Ja, später brauchen wir die, ja. Ja. Ja, ja, aber hier ist noch nett. Ich wäre auch hungrig. Mein Inventar ist voll. Ich muss mal wieder heim. Hunger, Hunger, Hunger haben. Hunger, Hunger, Hunger haben. Hunger, Hunger, Hunger haben. Habt du was? Mit Holz. So. Willow. Oh, 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 Holz. Ausbuddeln, Willow. Danke. Hallo. Hallo. Aufheben. Aufheben. Und Wasser. Aufheben. Danke. Oh, noch mehr Dinge. Hallo, kannst du das bitte? Danke. Hallo. Hi. Fuck you. Willow hatte gerade epileptische Anfälle. Ich höre Wölfe. Oh nein. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich schock schon mal zu den Schweinen. Schweine oder Bifillos? Schweine. Die Bifillos sind jetzt so weit weg. Okay. Es wird dunkel. Ich schock. Woher kommen sie her? Sie haben den Leiter. Hä? Kommen wir zu den Schweinen. Es wird dunkel. Äh, ja. Jetzt haben wir ein Problem. Die Schweine sind nicht da. Haha. Ja, ja. Bifillos. Wo bist du? Äh, bei unserem Lager gleich. Denke ich. Warte, ich komme. Ich komme. Ich bin beim Lager. Jok, 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 jok. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht sterbe. Jok, 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 jok. Ich habe immer noch Abigail da. Es hat bei dich geklopft. Nee, ich warte mal kurz, warte mal kurz. Oh Gott, Wolfe! Wolfe! Jok, 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 jok. Ich glaube, Abigail ist gleich tot. Sie hat auf jeden Fall, sie guckt auf jeden Fall schon, äh, schon traurig. Ha, getötet! Oh, ich bin voll.